Hallo, es geht weiter. Und zwar sind wir hier in diesem bösen Ort gelandet. Hallo Porygon. Oh, gegen einen Little Meg, aber einen ganz schwachen. Ich denke... Oh. Echt nur... Achso. Das wechselt. Passt. So, jetzt, 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 los, 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 jetzt. Ähm, was wollte ich sagen? Der letzte Kampf war fies. In der letzten Folge. Bis ich herausgefunden habe, dass es da was Cooles gibt. Helfer-Trophäe, oh. Huh. Aua. Oh, mein Helfer-Trophäen, Mann. Wie nervig. Weg mit dir. Oh, der kann leider nicht runterhüpfen. What the fuck? What the fuck war das? Der hat mich weggeknallt, Mann. Wie wies. Ich bin einfach weggeknallt und so, bam, voll in die Fresse. Holy moly. So. Komm her, Little Meg. Huh. Äh. So wie Little Meg immer stirbt. Aus Dummheit. Danke. Ah, haben wir diese Helfer-Trophäen-Kämpfe. Ich habe ein Geist, der gut gegen Helfer-Trophäen ist. Den kann man da benutzen eigentlich. So, weiter geht's. Bomb Dude. Hallo, Bomben Dude. Ähm. Hier. Was nehmen wir denn? Ja, ich will eigentlich mit dem was machen. Obwohl, eigentlich ist es gar nicht so cool. Was ist denn hier? Steht hier irgendwo dran? Irgendwas Spezielles dran? Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier den Filter anmache. Oh. Den. Den Filter anmache dann? Okay, dann ist egal. Kriegt nix. Dann nehme ich mal irgendwas. Irgendwo, wo ich ein tolles Item bekomme oder sowas. Hier, der Boer ist eigentlich super. Super duper. Den würde ich gern verwenden. Hier, zwei Junge. Warum zwei? Was hat das mit dem Dingens hier zu tun? Aua. So, leck mich. Ihr könnt einfach beide verrecken. Au. Wuh. Wieder ein KP-Kampf. Einfach nur, weil das hier so voll Megaman ist. Wua. Weil, das war easy. Hm. Unerwartet easy. Oh Mann. Wir machen einfach weiter. Wir sind gleich beim Kontrollpanel. Oh, Eis-Klammer gegen Eis-Klammer. Interessant. Ja, warum nicht? Donbongo, vernichtet euch. Meine Freunde. Du an. Du an meinen Arsch. Oh, die. Auch von Brawl. Oh Gott. Ähm. Cool. Aua. Aua. Aua, 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 aua. Wie fies. Achte Ruhe. Wuh. Wuh. Oh, weg mit euch. Ihr könnt mich mal. Ha. Macht schade. Hm. Tschüss. Gewonnen. Don, was weiß ich, Duan. Leckt mich doch. Bum. Da, 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 ba, 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 da, da. Auf, an. So, jetzt haben wir das hier geschafft. Weiter Ort frei. Ich frag mich, ob die Türen mit eins jetzt zugehen. Ich hoffe nicht. Nee, okay. Oder? Nope. Alles gut. Dann haben wir alles richtig gemacht. Denn ich will natürlich noch die anderen Räume durchsuchen. Was es hier so gibt. Einmal ging es unten lang. Äh. Das ist auch aufgegangen mit so einem 1er Türdinger. Äh. Cool. Äh. Okay. Wenn ich jetzt so mache, dann. Bin ich stark verwirrt. Oh. Es gibt richtige und falsche. Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. So. Was würde ich denn hier gerne haben? Hm. Hier den Kollegen. Es scheint keine schlechte Idee zu sein. Gibt es hier auch noch irgendwo. Nirgendwo ist so ein Fall nach oben. Also wird nichts super speziell wichtig sein. Ich nehme einfach mal irgendwas. Der Boah, der. Ich finde den Boah super. Der. Sorgt am Anfang dafür, dass die erstmal wegfliegen. Oh je. Wuh. What? Was ein Cheater, Mann. Komm, ey. Oh, oh, ey. What the fuck? Wie fies? Der. Fox wird sehr nervig. Oder auch nicht. Ich dachte, ich muss die andere auch noch geben. Okay. Und das war schon fast so einfach. Aber ich glaube, das ist ja auch einfach der Main-Pfad. Die sind hier eigentlich alles einfacher. Und die ist nicht optionale. Ist wahrscheinlich alles super easy. Davon gehe ich aus. Ähm, okay, cool. Jetzt habe ich alle hier geschafft. Mutter-Parasit. Jo. Ein Kampf gegen Ridley. Die Musik. Oh Gott. Ist der groß. Huh. Äh. Was? Er ist stärker. Huh. Auf. Auf gebufft zu sein, Drecksack. Scheiße. Hm. What? Irgendwie? Easy peasy, oder? Das ist auch nicht. Das sage ich jetzt, bis mal wieder ein richtig krasser Kampf kommt. Und dann fange ich an, rumzuholen. So, warte. Ich mache ihn auch noch weg. Oh, nice. Ich frage mich, warum hier die immer ausgehauen werden. Hallo, 9 Volt und 18 Volt. Ich finde 9 Volt cooler. Huh. Der hat einfach mal Dinges gefressen. Wie fies. Ich habe die auch nur eine Heldworte für ihr dabei. Huh. Aucci. Oh. Nein. Warum? 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 Nein. Ich bin tot. Ich kann nicht mehr hüpfen. Weil. Das scheint ein Kampf zu sein. Weil wir doch was anderes wählen. Weiß noch nicht. Wie sieht es denn aus mit gegen Helfer-Trophäen? Hier. Denn die würde ich gerne weghauen. Die ist ja Helfer-Trophäen. Die ist verdammt nervig, ey. So. Huh. Aua. Jetzt schon. Verdammt nervig. Aua. Ah. Huh. What the fuck geht hier ab? Oh. What the fuck, man? Ich habe es gesagt. Ich habe es schon vorgewarnt. Es wird ein Kampf kommt. Das ist super nervig. Ja, sondern heute wiederum. Huh. Euiuiui. Ich mache es am besten. Aua. Aua. Halt mir Ruhe. Diese verschissene Helfer-Trophäen. Wenn die nicht da wäre. Ich glaube, ich sollte den Charakter wechseln. Ich hab die Helfertrophäe selber als Geist. Die sollte mir doch helfen, Mann. Wenn ich gegen sein will. Huch! 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 Aua! 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 Huch! Ja! Das kackt viel, schon mal weg! Uaa! Huch! Nein! Oh! Es könnte mich töten, wenn ich nicht auf was. Anfass! genau wie ich es mich gerade hätte töten können haa schnapp ihn dir so ihr könnt mich mal triggert es war doch mal geschafft so dann können wir jetzt auch das war's das hat er jetzt einfach diese dinge gemacht frei gemacht dann schauen wir mal hier oben ist auch noch ein weg frei gegangen hier okay können wir noch was anderes machen dann geht es jetzt wohl gegen revolver ocelot der ist aber nicht so groß wie der boss der boss war super heftig also wirklich das war ja unmöglich anscheinend eine verkackte elektro stage da mich ja happy dass ich den kollegen habe hallo das hört sich schon danach an dass der kollege einfach nur schießen wird oder auch nicht einfach abtüten da brauche ich nicht so langsam bekomme ich auch ein paar geister dazu die man entwickeln kann was bestimmt auch gar nicht mal so eine schlechte idee ist so nummer vier ist nun frei dann haben wir den letzten da frei gemacht und da gibt es noch nicht wohl interessant dann weiß ich jetzt wo ich hin will not 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 gut da ist so viel nut 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 erst mal den nut hier baby ein snake maxi warst du schon oder was wenn er laut ich hoffe ich weiß noch wo es lang gehen zum blut so hier lang da gibt es mein charakter ist es nicht metal gear x ein nicht so easy charakter das bedeutet wohl kurz rum schauen ob hier irgendjemand empfohlen ist anscheinend nicht gut dann wünsche ich mir selber glück metal gear x alles wahrscheinlich das ist ein metall oder war wurde mir niemand empfohlen dann aua ihr pisser lass mich ruhe what the fuck seid ihr nervig ihr dumm stück drecksfiecher ich bin hier weg ich bin hier weg what the fuck what the fuck das ist keine chance ah 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 ich bin tot ah 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 was war das denn mal was war das denn ätzend holy moly wir reden wo bist du dich brauch ich hier heilige scheiß man nerviger geht es auch nicht die haben halt einfach mal zwei arschloch items Ich hasse dieses Item so sehr. Aua. Uh. Ah. Nein. Ich will hier sterben. Oh. Lasst mich. Ihr Pisser. Holy moly. Ah. Danke. Ich will jetzt den Charakter vorschalten. Wer bist du, Snake? Danke. Der ist cool. Jetzt kann ich... Ey, mal einen neuen Charakter. Der ist auch hoffentlich kein Elektro-Shit. Hier, dich nehme ich. Und den kann ich jetzt kurz vernichten. Ja, okay, komm her. Snake. Oh. Final Destination. Tschüss. Und... Schade. Pow! Pow! Oh! Komm her! Easy! Oh! Snake! Kämpft nun mit! So macht man das! Ja, Mann! Ja, geil! Boom! Aber den Charakter, den will ich eigentlich auch gleich mal spielen. Ich habe nicht vor, den öfters zu spielen, aber ich würde ihn halt gerne mal testen. Vielleicht macht er mir ja Spaß. Genau wie bei den Eisklamas. Die machen mir jetzt auch super viel Spaß eigentlich. Was unerwartet ist. Weil... Ich habe nicht erwartet, so viel Spaß mit denen zu haben. Ich dachte ja, ja, das wird bestimmt ganz lustig, ja mal kurz. Und dann, äh... Aber jetzt... Boom! Auf einmal! Boom! Alles explodiert! Überall Explosionen! Und alles macht Spaß! Und ich würde halt gerne die Map sehen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier noch was übersehen habe. Das war der Ort, ja. Ey! Geh zurück, bitte! Ähm... Ich glaube, ich kann jetzt einfach nur noch hier lang. Das kann sein. Hallo! Oh! Wollt! Ich kann nicht sehen. Was ist das für ein Dude? Ich weiß nur... Ich habe... Nightmare dabei. Nightmare ist cool. Oh! Nice! Ey! Uh! Alles explodiert! Pau! Ey! Es ist der Boss aus... Brawl! Galleam! Warum ist dieser andere Heini eigentlich kein Boss? Der Duon? Huh! Ich will auf der Seite hier gar nicht sein, um ehrlich zu sein. Hier sterbe ich schneller. Puh! 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 Komm her! Pau! 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 Easy! Oh Gott! Ich will jetzt nicht noch am Ende verreckt. Aber sonst ist alles easy. Pau! Puh! Leichtigkeit! klasse belohnung so mal schauen was ich jetzt freigeschauen habe das weißen boss ist jetzt geht es irgendwas auf der med auf oder wie sieht es jetzt aus das war so der erste poste ich bisher besitzt bekämpft habe hier glaube ich was passiert oh kira schützen das schild wurde geschwächt okay cool das heißt jetzt entweder sorgt es dafür ich glaube mit dem schild wenn es schilder ist kann man da nicht hin ich wollte erst sagen vielleicht auch das dafür dass der boss einfacher ist aber ich glaube dass er eher nicht sondern halt dass wir da überhaupt hin können wir müssen wahrscheinlich die ganze bosse besiegen um dahin zu kommen ist aber ganz cool wir haben jetzt noch mal zwei neue orte freigeschalten beziehungsweise vielleicht auch nur ein ich weiß es noch nicht wir werden sehen denn jetzt können wir gleich neue charaktere freischalten und ich kann mir aussuchen welchen wenn wenn ich halt nur wirklich nur einen haben darf jetzt geht es einfach hier weiter lang aber und davor wenn ich dann erstmal die folge also erstmal zurück und dann die folge werden so und zwar nicht vergessen und discord server ist in der beschreibung könnt ihr freuen wenn ihr wollt und ja wir sehen uns dann beim nächsten mal ciao ciao